Saufer. Hier hast du das. So. Beziehung mit Schankwirt. Ja, wir haben eine Beziehung bekommen. Mit dem Schankwirt. Ja, halt die Fresse. So, und jetzt zurück im Glied, du Arschloch. Hallo. Du bist aber eine Süße. Wie geht's dir? Hm? Königaleck. Rejatin. Okay. Wir gehen mal kurz schauen, ob das Banditenversteck dort ist. Die Seereübe können müssen ein bisschen stärker werden. Dann greifen wir die nicht an. Was? Brache wurde besiegt. Burg Eripe vorne. Okay, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Nein, da ist nichts. Okay. Sicher hier wieder im Wald drin. Das interessiert mich jetzt nicht. Beendet doch mal den Krieg mit den Kanad-Gergeten. Oh je. 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 Sorry. Was die... Werte überfallen? Bitte. Bitte. Mist. Nicht unser Dorf. Lol. 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 Ich glaub's ja nicht. Wir verlieren unser Dorf. Nein. Was ist denn los? Ja, ja. Ich will ein anderes Dorf, das nicht gerade an der Grenze zu den Fänden ist. Ist mir scheißegal. Wenn ihr das nicht schützen könnt, Pech. Lieber ein Gelage austragen. Ist doch viel wichtiger. Neu Diener wurde in eure Schatzkammer gebracht. Es interessiert keinem Schwein, ob ich null oder eins verdiene. Erst ab 100.000. Ich glaube, wir verlieren noch das Ganze, den ganzen Krieg, wenn die nicht endlich mal Frieden machen. Tata Mesch. Was ist Tata Mesch? Tata Mesch, da drüben. Ich will doch dieses Dorf dort haben. Ist zwar auch an der Grenze, aber nicht so. Aber das ist eben ihm. Dem König und der gibt es nichts her. Ja, wir schauen mal, also. Oh, oh. Wir müssen helfen. Gegen 17. Hahaha. Gegen 17. Die hauen ab. Die machen hier sich breit auf dem Högel. Wenn unsere Tupen nur ein bisschen besser werden, werden wir nicht so viele. Ja, die sind jetzt zwar nicht so schlecht. Auch diese Plinkel und so. Aber das sind nicht unsere. Unsere sind hier hinten. Das ist ein Sertion dort. Ja. Okay, der Krieg beginnt in zwei Jahren. Bis sie endlich mal angreifen. Gute Nacht. Ihr seid so hässlich. Ja, lieber mal ein bisschen Bogen schießen. Aber auch Treffen, bitte. Greif doch nicht meine Frauen an. Das ist halt so hässlich. Ach komm. So. Zum Angriff. Ist mir scheißegal. Wir gehen sowieso. Wir sollten uns nicht zu sehr... Vorne warten. Ihr wisst ja die KI ist ja mega schlecht. So. Sind die Janten auch endlich angekommen? Ok, ein Verlust. Gut euch hier zu sehen, Drago Bastl. Ihr habt euch heute als ein höchst wertvoller Verbindeter erwiesen. Yay, und wir haben Gefangene. So, und ausbeten. Ja, die sind egal. Vier engst du, mein Herr. Äh, du bist der Krieger. So. Rolf. Du brauchst mal etwas besseres. Oh, komm, das ist scheiß Zeichs. Du brauchst mal etwas besser. Du brauchst mal etwas besser. Du brauchst mal etwas besser. Okay. Den Bogen können wir mitnehmen. Die Kappe kannst du haben. Dieses Schild. Bogen. Kannst du nicht tragen. Okay. Dann. Ah, der Rolf muss noch. Faken. Stärke. Eisenschwarze. Einhandwaffen. So. Die Chmira. Die Chmira. Die levelt sehr gut. Ähm. Charisma. Intelligenz. Invertarverwaltung. Wundbehandlung. Wundbehandlung. Bogenzugkraft. Zweimal. Dann machst du hier Bogen schießen. Wir rüsten dich aus mit einem guten Bogen. So. So. Und gute Pfeil. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir uns noch leveln. Intelligenz. Nein. Charisma. Wir haben zwei Level wieder. Cool. Anführerschaft. Und. Gefangenenhandhabung. Ja. Ähm. Bogen schießen natürlich. Stangenwaffen. So. Jetzt reden wir mit König Alec. Ähm. Ich gebe es zurück. Wir fliehen an Ehre. Mist. Ja. Ist doch egal. Ich arbeite noch dran. Was ist das für eine Quest. Kann er kriegen. Ja. Wir haben. Ja. Wir verlieren. Mist. Steuerschoten von Rea den abzahlen. Loll. Die sind alle nur wegen dem Nord dorthin gegangen. und haben das dort hinten alles. Ah Mist. Sie sind immer noch in der Lage. Und keine. Kein Turnier mehr. Auch schlecht. schlecht. Auch schlecht. Und ist noch nicht ein Turnier. Keine Ahnung. So. Jetzt mal weiter. Aufgaben. Hier läuft ein Krieg. Ähm. Der sagt das gleiche. Hm. So. Mal schauen, ob wir noch ein Gehöft, also ein Dorf bekommen. Sonst ist es uns auch egal. Da müssen wir weniger machen und auch weniger zahlen. Ich hoffe, der andere ist nicht mehr unter uns. Das müssen wir nämlich auch zahlen. Finanzbericht da. Okay. Ist weg. Ja. Das kostet nichts mehr. Okay. Wir haben immer noch 9 R. Egal. Egal. So. Also. Dann machen wir hier Aufnahmesession Pause. Und wir sehen uns im nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird jetzt irgendwie spannender und besser. Und ja. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Vorgehensvorschläge habt oder so. Dann dürft ihr das gerne auch in die Kommentare hier unten schreiben. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Und tschüss. 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 Tschüss.